Der Weg ist dein. Der Weg ist dein. Der Weg ist dein. Der Weg ist dein. Komm schon, Kuma. Wir haben noch einiges zu tun. Das ist irgendwie unsere Beschützerin anscheinend. Was ist los mit dir? Du wirkst abgelenkt. Sei unbesorgt. All deine Geschwister stehen bei dir. Die Noren haben nicht die geringste Chance gegen uns. Alle besiegen. Na gut. Das sind wir. Das ist Hinoka. Hinoka ist das. Cool. Dann haben wir Sakura und Takumi. Okay, Takumi kommt mir irgendwie bekannt vor. Cool. Sakura. Schreinjungfer. Es gibt so viele neue Klassen in dem Spiel, ne? Das ist unglaublich. Krass eigentlich. So, das sind wir. Äh, ja. Okay. Let's go. Bereits zum Angriff. Ja, bin ich. Du lässt mich ja nicht. Bei Tutorial. So, ich kann mich jetzt hier auf diesem Feld bewegen. Auf diesem blauen Feld. Das rote Feld ist sozusagen noch mein Angriffsfeld, sag ich mal. Und die beiden kloppen sich da hinten. Ryoma und Xander. Und die haben natürlich geile Schwerter und alles mögliche. Also Siegfried und er hat Radindu. Radindu. Was haben wir hier noch? Ach, da ist gar nichts. Okay. So, wir haben nur ein gammeliges Bronzischwert. Haben aber schon zwei Fähigkeiten. Und zwar einmal also Passiviv. Das sind die Passiviv-Fähigkeiten sozusagen, die man hat. Und zwar Seite an Seite. Zusammen mit Unterstützungspartner Level C+. Also je nachdem, wer da neben mir steht, kriege ich zehn Treffer zusätzlich. Also zugefügter Schaden plus zweier erlittener Schaden. Achso. Achso, jetzt. Also Treffer plus zehn. Zugefügter Schaden plus zwei. Und erlittener Schaden kriege ich minus zwei. Das ist doch nicht schlecht. So. Achso, die zweite Fähigkeit. Von edlem Gebüt. Diese Einheit erhält 20% mehr Erfahrungspunkte. Das ist cool. So, was hat sie? Verbindete Inhalt von zwei Fähigkeiten fügen zwei Schaden zu. Ah, okay. Und Sturz-Lukui. Erhöhnt die Chance auf zusätzliche Angriffe, wenn Einheiten und Angriffen erleidet. Effektiv bei Geschick. Also Geschick. Fünf plus fünf. Okay. So, was hat Sakura? Sakura? Innere Stärke. Verbindete Inhalt von zwei Fähigkeiten erleiden zu. Achso, das ist... Ah, okay. Und Arcanum. Das ist... Das kenne ich. Überlebe tödliche Treffer mit einem Kpe. Okay. Also, er ist ja auch noch da. Er hat Wettstreit. Also, ich vermute mal, dass es ein R ist. Wettstreit. Wenn durch höherstufige Einheiten unterstützt, kriegt plus zehn und zugefügter Schaden plus drei. Und erlittener Schaden minus eins. Und du hast noch Fähigkeit plus zwei und verleiht Fähigkeit plus zwei. Das ist cool. Ich habe auch noch eine spezielle Waffe. Sie auch. Und sie wahrscheinlich nicht. Er auch nicht. So, wir greifen mal jetzt an. Wir wollen ja jetzt nicht so lange drum rumfacken. Und guck mal, wir sind schneller, weil wir den Vorteil Speed gewählt haben. Desto schneller man ist, also hier Geschwindigkeit. Genau. So, das gehe ich auch noch mal ganz kurz durch. Und zwar, Geschwindigkeit beeinflusst Anwender, also dass der Anwender doppelter Angriff erhält, wenn plus fünf höher ist als Gegner. Also, wir haben Geschwindigkeit acht und er hat null. Das heißt, wir sind fünf Punkte über ihn. Das heißt, wir greifen ihn doppelt an. So. Stärke ist klar. Magie dürfte auch klar sein. Fähigkeit. Fähigkeit beeinflusst die Trefferchance und Häufigkeit kritischer Treffer. Grundwert ist immer vier. Also, Grundwert ist vier. Von der Einheit. So, Verteidigung ist natürlich klar. Senkt den verringerten Schaden, also den Eingriffsschaden. Und resist natürlich den magischen Schaden. So. Und Glück beeinflusst verschiedene Effekte. Senkt zum Beispiel das Risiko, dass Gegner auch mal kritten. Nur damit ihr so ungefähr Bescheid wisst, wie das hier funktioniert. So, wir werden jetzt ihn töten. Und ihn vernichten. Das ist unser schönes Schmirt. Aua. Er hat aber richtig reingehauen. Ja. Oh Gott, die Stimmen. Jetzt ist Phasenwechsel. Jetzt ist der Gegner drin. Ich verlange zu erfahren, weshalb ihr norrischen Köter in Oshido einfällt. Wart ihr etwa beteiligt an dem feigen Angriff auf meine Leute, Prinzlein? Ich habe euch nichts zu sagen. Legt eure Waffen nieder und ergebt euch. Solltet euch weigern. Werdet ihr hier sterben. Uh, coole Waffe. Astra. What the fuck? Oh nein, die Brücke ist eingestürzt. Wie sollen wir jetzt unseren Bruder retten? Ähm, du kannst doch fliegen. Keine Sorge, Elise. Unser königliches Blut hat uns schon immer geholfen. Hast du eine Drachenrader entdeckt, Camilla? Ja. Du kennst mich einfach zu gut, mein süßer kleiner Bruder. Oh Gott. What the fuck? Jo, es hat funktioniert. Der Fluss ist ausgetrocknet. Ich würde dich doch nie im Stich lassen, Schätzchen. Und nun alle mir nach. Elis, du bist noch nicht bereit für die vorderste Front. Bleib zurück. Camilla und ich kümmern uns um die Hushiden. What? Die, die norische Armee hat die Drachenader genutzt, um den Fluss auszutrocknen. Hm. Ich dachte, dass nur der Adel diese Kraft hat. Ja. Ja. Was bedeutet, dass dort ein paar mächtige Adelige sein müssen? Gut. Ich wollte schon immer einen norischen Adeligen als Zielschal benutzen. Konzentrier dich. Die Noren haben schwere Geschütze aufgefahren. Oh. Es sind ganz schön viele hier. Cool. Das ist sozusagen das Anfangsgebiet. Und hier lernen wir ein bisschen über die Grundlagen, wie man das später alles... Wow. Hör zu, Kanonenfutter. Wir handeln auf Direktbefehl von König Gavin. Tötet alle. Garon. Verdammt. Ihre Verstärkung ist da. Ich sehe immer nach, wie viele es sind. Takumi, Sakura, bleib bei Kuma. Erstanden. Ja. Gute Idee. Halte durch. Noas Adelige sind keine Schwächlinge. Nur gemeinsam können wir sie besiegen. Da du der Ältere bist, hast du wohl das Sagen. Wir fiel und ich werde gehorchen. Bist du verletzt? Hier, lass mich deine Wunden heilen. Oh, jetzt heilt sie mich. Ja. Coole Animation. Wir müssen die Grenze nicht überschreiten. Verteidigt, Hoshido. Okay. Jetzt geht's ja ab. Jetzt kommt doch einer von hinten, oder was? Oh nein. Ein Feind. Es ist ein Hinterhalt, Sakura. Bleib zurück. Du bist nicht für einen Kampf ausgerüstet. Takumi. Kuma, ich verlasse mich mal. Ich verlasse mich auf euch beide. Arbeitet zusammen, um den Soldaten zu besiegen. Ja, das habe ich doch vor, meine Freundin. Ist doch eine Freundin, ne? Warte mal. Wir können hier... Achso, das hatten wir ja schon. Stimmt, ja. Hier können wir so eine kleine Animation noch sehen von der... Süß. Takumi noch mal kurz zeigen mit dem Bogen. Ah, ist natürlich ein himmlischer Hintergrund, ne? Hinten. So. Sei vorsichtig. Angriff. Ich wurde geheilt? Warte mal. Hör zu. Wir machen, dass sie folgt. Mit meinem Bogen erwische ich ihn von hier aus. Ich greife ihn zuerst an. Dann kommst du und erledigst ihn. Verstanden? Ja. Ein Bogen kann nämlich die Diagonale angreifen. Und das ist der Vorteil von einem Bogenschützen. Beziehungsweise er kann dadurch... Also, es ist so. Das normale Waffen, also Schwert, Axt und Speer... ...sozusagen nur von... Also, geradeaus, also genau vor sich angreifen können. Bögen können Diagonale angreifen. Das heißt, dass sie sozusagen einen Vorteil haben, weil nämlich ein... ...ein Lanze, so wie er es gerade hat, nicht auf mich zuschlagen kann. Weil er... Ich stehe ja nicht vor ihm. So. Und dadurch, dass ich jetzt noch eine Unterstützung habe mit Kuma... ...dürfte das jetzt ein bisschen schnell gehen, glaube ich. So. Schöner Fall. Achso, ich greife automatisch auch mit an. Also, das war früher auch einfach bloß so eine Chance, dass es möglich ist, dass er angreift. Jetzt seht ihr... Hier zweimal 100%. Und auch halt 0% für Quid und 6 Schaden halt. So, wir werden natürlich unsere Freunde beschützen. Nicht, dass unsere Heidung darauf geht. Abgeschlossen. Na, das war ja easy. Okay. Kuma, Takumi. Ihr habt diesen hinterhältigen Angriff sehr gut abgewehrt. Du warst großartig, Kuma. Das lief gut. Es lag wahrscheinlich daran, dass dir... ...dass dir jemand einen guten Rat gab. Das habe... ...ich übrigens gerne gemacht. Komm schon. Wir haben keine Zeit zum reden. Lass uns nachsehen, wie es Ryoma geht. Bist du verletzt? Ja. Es geht schon. Ich bin froh, dass es euch allen gut geht. Feindliche Streitkräfte marschieren in diese Richtung. Ich will, dass ihr sie erledigt. Kuma, ich verlasse mich darauf, dass du auf Finoka und die anderen aufpasst. Du bist nicht verletzt, oder? Kuma? Den Göttern sei Dank. Wir haben dich gefunden. Und du bist wohl auf. Schnell, komm mit uns. Deine Familie ist da, um dich zurück nach Hause zu bringen. Schweig. Abschaum. Kuma ist mein Bruder und ein Prinz Hoshidos. Im Gegenteil. Kuma ist mein Bruder und ein Prinz Noas. Äh, okay. Oh. Kuma. Ich sorgte mich um dich. Verlasse mich bloß nie wieder. Du hast den Dävlen eigenes Glück. Ich bin froh, dass es dir gut geht, Kuma. Du hattest wirklich Glück. Juhu, wir haben unseren Bruder wieder. Norischer Abschaum. Zuerst entführt ihr ihn und jetzt lügt ihr ihn auch noch an? Kuma ist mein Bruder, nicht euer. Falsch. Kuma gehört euch nicht. Er ist mein süßer kleiner Bruder. Hä? Was ist denn das jetzt hier? Höre nicht auf ihre Lügen. Du gehörst zu deiner wahren Familie nach Hoshido. Wir liebten und erzogen dich schon von klein auf. Komm nach Hause, kleiner Prinz. Wir werden wieder eine Familie sein. Geheim nach Hoshido, Kuma. Nein, Kuma. Noa ist dein Zuhause. Hey, was ist denn hier los, finde ich? Wake up? Was war denn das? War das alles nur ein Traum? Kapitel 1 Noa Zeit, zu wahren. Raus aus den Federn, mein Lord. Hey, wake up! Ihr habt gesehen, wer Noa ist und wer Hoshido ist und diesen kleinen Konflikt und angeblich sind wir der Bruder von jedem und irgendwie ist alles eine riesengroße Familie, aber wir sind doch nicht alle vereint irgendwie und ist das ein Traum? Ist das kein Traum? Das und viel mehr werdet ihr in den nächsten Part sehen. Ihr könnt einmal nach links klicken, also links von mir, oder links auf der linken Seite, besser gesagt, könnt ihr das vorige Video sehen. Auf der rechten Seite seht ihr den nächsten Part, wenn er schon oben ist, natürlich. Vorher geht's natürlich nicht. Ihr müsst erst warten, bis die nächste Folge abgeloadet ist. Bis bald, tschüss! Bis bald, tschüss! Vielen Dank.